Fraunhofer gliedert sich in mehr als 70 Institute, wo die eigentliche Forschungsarbeit getan wird. Alleine mehr als 20 Institute mit mehr als 4000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bilden den sogenannten Verbund I&K-Technologie. Also das ist der Verbund innerhalb von Fraunhofer, der sich mit Digitalisierungsthemen und Technologien beschäftigt. Der Vorsitzende vertritt einerseits diesen Verbund im Präsidium der Fraunhofer Gesellschaft, ist aber zuvorderst ein Teamplayer. Also er ist vielleicht derjenige, der die Mannschaftsführerbinde um hat, aber er ist eben Teil eines Teams und spricht am Ende für den Verbund der in sich eigenständigen Institute.